Oh, großer Gott, ich bin mir recht, das ist, okay? Ich konnte mir das echt nicht angucken. Ich glaube ihr nicht, dass sie das selber gedacht hat. Aua! Es ist wieder Zeit für ein React-Video. Dieses Mal die schlimmsten Momente von Angela Merkel. Wir meinen natürlich Dr. Angela Merkel. Das war eine echte Fehlleistung. Und du, Franzi, hast sie in letzter Zeit ja fast nur gelobt. Angie ist wieder von den Toten auferstanden. Und ihre Zustimmungswerte sind hoch wie schon lange nicht mehr. Ich finde, eine stabile Regierung und hohe Zustimmungswerte für eine besonnene Kanzlerin sind etwas Positives. Höchste Zeit also, einen kritischen Blick auf die Kanzlerin zu werfen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Es war nicht das Problem, dass sie gesagt hat, wir schaffen das. Das Problem war, dass sie vergessen hat zu sagen, wie wir das schaffen. Was ist der Plan? Wie gehen wir vor? Was sind auch die Probleme, die wir vielleicht dabei auf diesem Weg zu befürchten haben? Wohnungsknappheit, haben wir genug Freiwillige, die das alles, die die Essensverteilung am Anfang erstmal versorgen konnten? Haben wir überhaupt die Infrastruktur, die Leute unterzubringen? Haben wir die rechtlichen Konstrukte dafür? Wissen wir dann, wie wir mit den Leuten weiter verfahren? Sind die Ämter dann überfordert? Alles Themen, die man ansprechen hätte müssen, schon zu diesem Zeitpunkt, um eben auch irgendwo den Bürgern die Sorgen vorwegzunehmen. Um zu sagen, ja, wir haben daran gedacht, wird alles sehr kompliziert, wird eine Herausforderung, aber wir haben schon einen Plan, wie wir es machen wollen. Also, dass wir das schon irgendwie schaffen werden, ist nicht das, was ich an Führungskraft von einem Anführer in Krisenzeiten haben möchte. Nach Japan hat sich bei mir verändert, die Betrachtung auf das, was passieren kann. Das lässt mich für Deutschland fragen, wie ist das mit der Betrachtung von Risiken auch in Deutschland. Ich bin sozusagen jetzt belehrt worden durch Japan, dass die Auslegung, die man nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hatte, für vertretbare Ereigniswahrscheinlichkeiten nicht ausgereicht hat. Und wenn man jetzt einfach sagt, das hat auf Deutschland keinerlei Folgen, weil wir nicht so eine hohe Tsunamiwelle haben, dann würden wir es uns zu einfach machen. Und das ist der Unterschied. In Deutschland davon auszugehen, dass man die Gefahr neu überprüfen muss, weil es zwei Naturkatastrophen gleichzeitig gegeben hat, irgendwo auf der Welt, die hier definitiv nicht zusammentreffen werden. Und ein halbes Jahr später fällt ihr als Physikerin auf, dass das ja alles viel zu gefährlich ist. Sorry, aber ich, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube ihr nicht, dass sie das selber gedacht hat. Ich würde ganz gerne schon bei dieser Sendung wissen, wie denn dies funktionieren soll mit einer PKW-Maut für Inländer, Frau Merkel. Denn Sie werden ja von Herrn Seehofer wahrscheinlich vor die Situation gestellt werden, dass er sonst keinen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Und ich würde gerne wissen, welche Konsequenzen das für Sie hat gegenüber Herrn Seehofer? Ja, die Konsequenzen kann ich kurz und knapp beantworten. Mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Ah ja, endlich, Frau Merkel. Das hätten Sie kürzer haben. Ich glaube, das habe ich schon sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt. Und wir haben die PKW-Maut. Die PKW-Maut steht im Vertrag. Ja, hier haben wir jetzt den klassischen Fall. Das ist ein falsches Wahlkampfversprechen. Kurz vor der Wahl sagt sie, mit ihr wird es keine PKW-Maut geben. Und kurz darauf kommt die PKW-Maut in den Koalitionsvertrag. Dazu müssen wir aber auch sagen, um fair zu bleiben, die SPD hat diesem Koalitionsvertrag auch zugestimmt. Und jetzt ist es so, dass wir ja tatsächlich keine PKW-Maut haben. Das haben wir aber nicht Angela Merkel zu verdanken, sondern dem EuGH, der ja festgestellt hat, dass das Projekt von Andi Scheuer da so ein ganz kleines bisschen überhaupt nicht nach EU-Recht umsetzbar ist, was ihm ungefähr halb Deutschland vorher gesagt hat. Aber, ja, ich weiß nicht, wenn man sich bei der CSU in irgendein Projekt verliebt, es scheint dann sehr schwer zu sein, davon irgendwie loszulassen. Jetzt kostet uns das einen Haufen Geld. Es ist alles eine riesengroße Grütze. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, solange ich nicht wirklich weiß, dass ich hier bleiben kann. Ja, ist klar. Deshalb muss das jetzt einer Entscheidung zugeführt werden. Genau. Und das, was wir uns vorgenommen haben, wenn man sagt, was soll sich ändern, dass ein Mensch wie du nicht weiter vier Jahre erst hier sitzt und dann entscheidet man. Das muss sich ändern. Ja, weil ich habe ja auch Ziele, so wie jeder andere. Genau, also ich möchte studieren, es ist wirklich ein Wunsch. So, wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt. Und die einzige Antwort, die wir sagen, ist bloß nicht so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Ich glaube nicht, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Aua. Das, ich meine, wir wissen alle, wir haben Angela Merkel nicht gewählt, weil sie so eine brillante Rhetorikerin ist. Wir wussten vorher, was wir kriegen. Und dass sie wirklich nicht gut darin ist, Emotionen rüberzubringen oder dass es ihr sehr schwer fällt, das ist auch bekannt. Aber das ist echt gruselig. Wer redet denn so mit einem Kind, was Angst hat und getröstet werden will und das auch noch vor laufender Kamera? Man muss doch irgendwie unterscheiden. Natürlich kann sie jetzt nicht sagen, oh okay, ich ändere meine komplette Politik und wir alle dürfen jetzt kommen und für immer bleiben. Das ist natürlich nicht wegen so einem Gespräch, aber man muss auch irgendwie auf den Menschen eingehen. Und das ist auch einfach echt unsympathisch. Also in dieser Situation war sie mir wirklich unsympathisch. Wer isst gerne Vollkornbrot? Wisst ihr, was Internet ist? Pssst. Insbesondere baue ich sehr gerne Kartoffeln an. Und Feldhasen mag ich auch sehr gerne. Hörst du noch zu? Ja, ja. Ich mag Igel sehr gerne. Pssst. Ich mag Elefanten sehr gerne. Wisst ihr, wer Horst Seehofer ist? Music take control. So, wer kann denn Englisch? Pssst. Sehr gut. Und wer mag kein Spinat? Wo ich aber richtig paruski? Kann noch jemand Russisch? Ich bin ja die, ich, jetzt mal. Pssst. Reicht schon oder noch weiter? Musik. Alle wieder hinsetzen. Oh, großer Gott. Das ist echt, also Fremdscham. Ich kann, ich kann das nicht sehen. Okay? Ich konnte mir das echt nicht angucken. Also Kinder, wer ist auf die Idee gekommen, diese Frau in die Mitte einer Schulklasse zu stellen? Ich meine, ich wette, dass dieser PR-Profi gefeuert worden ist, der diese Idee hatte. Man kann ihr einiges vorwerfen. Sie hat Versprechungen gemacht, die sie nicht eingehalten hat. Aber mal ganz ehrlich, welcher Politiker nicht? Im Wesentlichen kommt es doch darauf an, wie regiert sie uns? Und ich finde, ich finde, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde, gerade im Hinblick auf die internationale Lage, wir hätten es deutlich schlimmer treffen können. Übrigens, was Angela Merkel gemacht hat, bevor sie Kanzlerin geworden ist, das seht ihr in diesem Video vom Biografen. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüss und bis nächste Woche. Und ich sage jetzt mal, es sage ich mal, ich liebe ich dich jetzt. Ich gebe euch vor denüber 25eangs heute gerade ... João dances weiter. Ich sage, wir geben euch ein paar Angez, denn du?